Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im neuen Jahr bei Rumi's Monday Talk. Ich gestehe, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt zwei Wochen Pause und jetzt geht es wieder los. Ich markiere nur kurz meinen Gast, den ihr eben schon gesehen habt. Ich freue mich, dass die Birgit heute bei mir ist. Wir haben uns auch über das Medium Facebook quasi kennengelernt und haben uns dann auch getroffen und ich war so etwas von begeistert von dieser Frau, von ihrem Weg. Ich würde damit anfangen, liebe Birgit, dass ich dich vorstelle und dann steigen wir ins Gespräch ein. Heute mal, seid denn verkehrt, normal sitze ich hier. Ich möchte diese Frau in den Fokus setzen, weil sie einfach einzigartig gut ist. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich freue mich, dass du heute bei mir bist, liebe Birgit. Für dich, liebe Birgit, was dich bewegt, wer du bist und was du mit deinem Wirken weitergibst, habe ich heute folgende Überschrift gewählt. Begib dich auf die Entdeckungsreise zu dir selbst und werde zur Traumfrau in deinem eigenen Leben. Sie ist eine feinfühlige, tiefsinnige und starke Frau, welche mit ihrer Geschichte zeigt, dass wenn du im Hier und Jetzt lebst, Vergangenes in Frieden loslässt und dich aus deiner Komfortzone bewegst, hin zu dem, was dich erfüllt, glücklich macht und deinen Geist bewegt, wirst du das Leben mit seinem wunderbaren Puls intensiv und voller Dankbarkeit spüren und deine Berufung leben, jeden Tag. Seit 28 Jahren ist sie taffe Businessfrau in einer sehr männlich geprägten Welt. Ihr beruflicher Weg begann als Spezialistin für betriebliche Altersvorsorge, welcher sie ziemlich viel Kraft kostete, wie sie mir gesagt hat. Als Ausgleich entdeckte sie den argentinischen Tango für sich und tanzte mit ihrem Mann oder tanzt heute noch leidenschaftlich gern. Als sie wegen gesundheitlicher Probleme mit ihren Füßen das Tango-Tanzen immer wieder unterbrechen musste, fing sie an, sich intensiv mit dem Warum zu beschäftigen. Über diesen Prozess auf ihre eigene Stimme zu hören, Verantwortung für ihren Körper zu übernehmen und vor allem aber gut genug zu sein, schöpfte sie neue Kraft. Diesen Weg teilt sie heute als Buchautorin und Bloggerin und gibt ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit ihres Lebens weiter mit einer ganzheitlichen Essenz, jeden Teil unseres wunderbaren Frauenkörpers zu würdigen, zu spüren und in unsere Kraft zu kommen. Seit vier Jahren bloggt sie als Traufgängerin im gleichnamigen Blog für Frauen mit körperlichen Problemen, hauptsächlich Fußprobleme. Sie hat eine Quelle zum Sprudeln gebracht. Es ist ihr Anliegen, all das Wissen in diesem Blog und ihren liebevollen und effektiven Online-Kursen und Büchern an Frauen weiterzugeben. Sie liebt Herausforderungen und arbeitet sich gerne ganzheitlich in ein Thema ein und macht auch vor Schambesetzthemen nicht halt und ist daran stark gewachsen. Sie ist offen für ungewöhnliche Vorgehensweisen und vertraut auf ihre Andersartigkeit, mit der sie bisher immer erfolgreich war. Ich finde, als Traufgängerin ist sie ein wahres Geschenk für uns Frauen. Meine liebe Birgit, du kommst ja eigentlich aus dem Versicherungsbusiness und wie du auch gesagt hast, ist ja eine sehr männerdominierte Branche. Wie kamst du darauf, über Füße zu blocken? Also es ist so, dass ich vor gut 28 Jahren angefangen habe, in der Versicherungsbranche zu arbeiten und man wollte mich da eigentlich gar nicht haben als Frau, weil es hieß, es wäre viel zu hart für eine Frau. Und ich habe mich aber durchgesetzt und habe gezeigt, dass Frauen sehr wohl erfolgreich sein können und habe die Männer überholt. Was ich aber nicht so richtig gemerkt habe, ist, dass ich so mit der Zeit so ein bisschen meine Weiblichkeit verloren habe, die ist so auf der Strecke geblieben. Obwohl ich Yoga gemacht habe, obwohl ich mich schon auch weiblich gefühlt habe, auch Kleider, Röcke getragen habe. Aber das war dann eigentlich eher so wie so eine Uniform. Und irgendwann mal ist mir klar geworden, also ich muss was tun, um mich wieder in meinem Körper zu spüren, um mich wohl zu fühlen. Und dann hatten wir Freunde, die uns immer wieder vom Tango erzählt haben und wir dachten, das wäre sowas wie Standardtanz und das hat uns gar nicht gefallen. Aber irgendwann waren wir neugierig, in einer schönen, lauen Sommernacht in München. Da gab es auf der Praterinsel damals noch Tango und auch ein bisschen Tango-Unterricht und wir haben es einfach ausprobiert und da war es um uns geschehen. Also es hat uns infiziert von der ersten Sekunde an und ich habe mit meinem Mann angefangen zu tanzen und wir waren natürlich sehr emsig. Wir haben viel Unterricht genommen, sehr viel getanzt und es lieb richtig gut. Und ich habe mich so weiblich und so in meinem Saft gefühlt wie Jahre schon nicht mehr. Und als es dann so richtig gut lief, tja, da hat mir, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das Universum strich durch die Rechnung gemacht. Es ging dann nämlich plötzlich gar nichts mehr. Ich bekam Fußprobleme, die habe ich am Anfang so übergangen. Ich habe auch mich übergangen. Ich wollte es nicht wahrhaben. Und die wurden dann stärker und stärker und dann ging nichts mehr. Es ging buchstäblich gar nichts mehr. Also ich konnte nicht mehr tanzen. Ich konnte gar nicht mehr barfuß stehen. Ich konnte mich nur in ollen Trekking-Sandalen vorwärts bewegen. Es war ganz schrecklich und das über Monate. Bis dahin wusste ich gar nicht, was Schmerzen bedeutet. Aber das hat mich gelehrt, was Schmerzen bedeutet. Und so fing ich dann an, mich darum zu kümmern, wie diese Fußschmerzen wieder wegkämen. Wie man halt so denkt. Also die will ich loshaben. War mein erster Gedanke. Das ist ja normal. Handhabt mir das ja. Und dann ging ich halt zu Ärzten und ich habe mich erkundigt und habe mich im Internet schlau gemacht. Und ich bekam überall immer nur ein, zwei, drei Antworten. Die erste war, Tango-Tanzen kannst du vergessen. Nie wieder hohe Schuhe. Und ja, halt immer viel Einlagen tragen. Und wenn es ganz schlimm wird, lass dich operieren. Das war natürlich nicht so besonders ermutigend. Und ich war also wirklich sehr, sehr, also es hat sehr viel mit mir gemacht, weil ich auf der einen Seite wusste, ich gebe da was auf, was mir sehr wichtig ist. Und gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, dass mein Mann weiter tanzt, weil es uns einfach so als Paar so viel gegeben hat. Und ich auch gemerkt habe, dass mein Mann einfach so viel Freude da auch entwickelt, genauso wie ich. Und das hat mir aber dann den Rest gegeben, weil ich dann auch noch diesen seelischen Schmerz dann plötzlich dazu gesellt bekommen habe. Und also Füße und Seele und Herzschmerz und das war also ganz übel. Und es sind ja auch sehr weibliche Dinge gewesen, die dir genommen wurden. Ja, ja, ja. Erst mal dieses endlich mal spüren und endlich mal einzutauchen in dieses Feld und dann geht nichts mehr. Also so wirklich von jetzt auf gleich ausgebremst zu werden. Naja, und dann habe ich halt erst mal nur gelitten und mich verkrochen und gejammert und mich zugemutet und habe mich so gar nicht gekannt. Das war was auch für mich Neues. Und dann fing ich aber an, weiter zu recherchieren, weil ich dachte, das kann es ja nicht sein, dass da gar nichts mehr geht. Und habe mich losgelassen und habe dann doch die eine oder andere Information bekommen und habe dann Ehrgeiz entwickelt. Und relativ schnell, also ich glaube sogar innerhalb eines Vierteljahres schon so viele tolle Tipps bekommen und selber was ausprobiert und mit Ärzten gesprochen, sodass ich so im, ja, einfach so salopp gesagt habe, jetzt könnte ich schon ein Buch drüber schreiben. Ich habe mich natürlich auch nach Büchern umgeschaut und habe so gefühlt zweieinhalb Bücher gefunden, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es war nicht wirklich was Brauchbares da. Ich habe mich nicht abgeholt. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt in meinem Schmerz. Es nutzt mir nichts, da einfach nur irgendwelche Fußübungen zu machen, ohne das Gefühl zu haben. Das war ja auch eine mentale Geschichte. Genau, ohne dass mir Hoffnung gegeben wird. Und dann aber, wie gesagt, habe ich gemerkt, dass schon was geht, dass da was machbar ist. Und mir war dann auch klar, dass es nicht schnell geht. Aber ich war dann plötzlich so bereit, mich auf einen neuen Weg einzulassen. Ich war neugierig und ich habe Staunen gelernt. Ich habe Staunen gelernt und ich wusste gar nicht, was Staunen ist. Das habe ich zuletzt als kleines Kind gemacht, wo ich nämlich dann gemerkt habe, wenn ich mich mit meinen Füßen beschäftige, was das mit mir macht. Und ich habe dann gemerkt, Mensch, das hängt ja alles so zusammen. Auch dieses Leid hier in meiner Brust, wenn mein Mann abends zum Tanzen geht und ich zu Hause bleibe und mich dann am Computer gesetzt habe und recherchiert habe und witzigerweise genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich schlau gemacht habe und wirklich recherchiert habe, wie blöd im Internet, bin ich über das Medium Bloggen gestoßen. Ich wusste damals überhaupt nicht, was Bloggen bedeutet, was Bloggen ist. Und ich habe dann so zeitgleich angefangen, mich also ganz intensiv um meinen Körper, um meine Füße zu kümmern, da alles in mich aufzusaugen an Informationen und gleichzeitig mich ins Medium Bloggen einzuarbeiten. Und dann wusste ich, nee, ich schreibe kein Buch, ich blogge darüber, denn ich habe ja weiterhin gearbeitet und ein Buch zu schreiben, das hätte mich zu sehr aufgehalten, weil ich war ja noch zu sehr in dieser Young-Mentalität, in dieser männlichen, stringenten Mentalität, dass alles schnell gehen muss und effektiv sein muss und einen Plan haben muss. Also all das war ja auch noch so in meiner Denke. Also, wie soll ich sagen, du hast mir ja auch erzählt, dass du wirklich in einem männerdominierenden Bereich gearbeitet hast. Diesen Sprung, der ist ja doch dann relativ groß, den du gemacht hast. Wie siehst du das denn, also wir greifen mal ein bisschen vor, wie siehst du die Zeit heute, die du in diesem Bereich gearbeitet hast? Ja, mir ist jetzt durch die Arbeit mit meinem Körper, mit den Füßen und mit Frauen, mit körperlichen oder speziell mit Fußproblemen klar geworden, dass ich und nicht nur ich, sondern ganz viele Frauen, zwar Frauen sind, aber den männlichen Weg gehen. Wir kleiden uns vielleicht weiblich, aber wir fühlen uns nicht weiblich. Wir haben sogar Angst häufig vor der Weiblichkeit. Im Business meinen wir, wir würden als schwach angesehen werden, wenn wir uns nicht mehrig generieren. Und da ist mir so ganz langsam ein Licht aufgegangen, dass es auch Mut kostet, meine Weiblichkeit zuzulassen, meine Weiblichkeit zu spüren und zu mir als Frau zu stehen. Und ich habe darüber auch meinen Blogartikel geschrieben, dass ich mich in der Umkleidekabine geirrt habe, quasi in die Männerkabine gelaufen bin und mich da jahrelang drin aufgehalten habe, ohne es zu merken. Das heißt, ich habe eigentlich, ich habe den Männern gezeigt, was Erfolg bedeutet und ich wollte erfolgreicher sein als die Männer, aber wie gesagt, auf Kosten meiner Weiblichkeit. Und das ist mir eigentlich dann erst durch die Beschäftigung mit meinen Füßen und dadurch, dass ich so ausgebremst worden bin, aufgefallen. Aber es fokussiert sich ja, also der Fokus ist schon auf dem Thema Füße, aber es geht ja auch so ein Stück weit um das innere Schönheit entdecken, den Körper zu lieben und den Körper zu pflegen. An wen wendest du dich denn jetzt genau mit deinen Beiträgen, mit deinem Blog? Also ich wende mich speziell an Frauen, wobei es auch viele Männer gibt, die meinen Blog lesen, aber speziell an Frauen, so, ich nenne es jetzt einfach mal so rund um die Wechseljahre, so ganz grob, denn es gibt so viele Frauen, was ich gemerkt habe, die Fußprobleme haben oder andere körperliche Probleme. Und diese Probleme, die hängen alle sehr zusammen und so rund um die Wechseljahre oder einfach auf einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Frau im Wandel ist, nicht im Wechsel, sondern eher im Wandel und aber nicht bereit ist, sich zu wandeln. Also vielleicht stehen bleibt in ihrem Beruf und unbedingt daran festhalten möchte, was sie immer schon getan hat und den Verlockungen und den Sehnsüchten nicht nachzugehen, die so in ihrer Seele einfach so nach Pulsieren schreien. Da habe ich gemerkt, dass diese Frauen, ich eingeschlossen, dann ein körperliches Problem bekommen. Und das wirkt sich halt dann zum Beispiel bei den Füßen aus, wenn es darum geht, dass wir eigentlich mal vielleicht die Stelle wechseln sollten, an unserem Standing arbeiten sollten oder uns um unseren Fortschritt bemühen sollten, statt einfach immer nur da stehen zu bleiben, wo wir schon viel zu lange stehen. Und ich richte mich an Frauen, die mutig genug sind, sich anzuschauen und Schmerzen nicht einfach nur weghaben wollen, sondern verstehen, da will mir mein Körper vielleicht sogar was sagen. Ja, also es geht schon in den Bereich Transformation auch, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte aber an dieser Stelle, wollen wir natürlich euch auch nochmal ein schönes neues Jahr wünschen. Ja. Ein gesundes Jahr, ein glückliches Jahr, ein lichtvolles Jahr. Also ich habe im Gefühl, dass das ein wirklich großartiges Jahr in jede Richtung wird. Was aber auch fordert, für mich jetzt persönlich, ich weiß nicht, wie dir es geht, dass man auch Vergangenheit Vergangenheit lassen sollte und gewisse Dinge auch loslassen sollte, um sich dem zu öffnen. Also ich, wie gesagt, ich freue mich, dass Sie heute meine Eröffnung ist. Ich finde es klasse, gerade mit diesem Thema, was so ganzheitlich auch ist. Welche Erkenntnisse genau hast du denn jetzt, oder fang mal anders, du sagst ja auch, dass Männer deinen Blog lesen, wie ist denn das Feedback auf deine Blogs von Männern und von Frauen? Männer trauen sich natürlich nicht so häufig zu kommentieren, wobei ich da auch viele E-Mails bekomme und die sind dann, also eigentlich sind fast alle sehr begeistert, dass es so etwas überhaupt gibt, haben sich viele gar nicht getraut zu hoffen, denn ich gehe auf meinem Blog, bei meinen Beiträgen, ich parke diese Probleme nicht mit spitzen Fingern an, mit Gummihandschuhen und wie eine heiße Kartoffel, sondern ich bin eine Draufgängerin und ich greife sie wirklich rein ins Problem und ich schaue mir das Problem an und ich gehe selbst in die Tiefe. Und ich erkenne auch, was so ein Problem mit der Frau, mit der betroffenen Frau oder dem Mann auch macht. Warum ich mich auch speziell an Frauen wende und mit den Füßen, weil Frauen haben andere Formen von Fußproblemen als Männer und wenn sie diese Probleme haben, dann sind die gravierender. Und die Ursachen sind auch anders. Die Ursachen, warum Frauen Fußprobleme haben oder auch andere körperliche Probleme, sind, auch das ist etwas, wofür ich mich total brennend interessiere und dem ich nachgehe, die haben häufig auch etwas damit zu tun, dass wir uns schämen, dass wir uns klein halten durch die Scham. Und da sind Männer nicht ganz so betroffen. Aber wir Frauen, wir nehmen uns zurück. Wir sind häufig unsichtbar. Wir trauen uns nicht den Schritt nach draußen. Wir verstecken unseren Füßen, statt dass wir ihn aufmachen. Wir halten das zurück, was wir zu sagen haben. Und wir gehen meistens erst sehr, sehr spät einen mutigen Schritt nach vorne. Und das sind so meine Erkenntnisse. Und weil du sagst, hinter uns lassen, dazu wollte ich auch gern noch was sagen. Sehr gerne. Und zwar ein Tipp. Wenn wir etwas hinter uns lassen wollen, Schmerzen oder Scham oder sowas, dann hilft uns da unser Körper. Und da zum Beispiel eine ganz tolle Übung, die wir jeden Tag machen können. Und das ist Psychohygiene und gleichzeitig eine tolle Übung für den Körper. Und das heißt einfach schütteln. Das heißt einfach wirklich schütteln und so. Wenn du sagst, du bist nervös, dann einfach die Schultern schütteln, die Hände schütteln, den Kopf schütteln, Headbanging. Und ja, das ist das ein, zwei, drei Minuten und du fühlst dich einfach wie neu geboren. Und dann lächelst du auch wieder, du strahlst wieder und du hast wirklich etwas abgeschüttelt. Gute Idee, finde ich. Das sollten wir alle umsetzen. Also versuchen. Danke, liebe Maria. Danke für deine liebe Kommentierung. Ich wünsche dir auch ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Es ist auch eine sehr, sehr tolle Frau, Maria. Schön. Der Christian schaut auch zu, der demnächst bei mir mit einem sehr, ja, ich sag mal auch, weil wir ja gerade vom Thema Draufgängerin reden und von nicht mit Samthandschuhen anfassen, ein sehr brisantes Thema ansprechen werden. Aber das kommt erst im April. Schön, Christian, dass du zuschaust. Ich freue mich. Und wir werden uns sicherlich demnächst sehen in München und dann auch persönlich nochmal drüber sprechen. Du bietest ja, oder jetzt habe ich eine Frage, noch eine ganz coole Zwischenfrage, glaube ich. Draufgängerin. Wie bist du denn auf Draufgängerin gekommen? Ganz einfach. Als ich anfing zu bloggen, wollte ich ja einfach nur Tipps weitergeben. Und dann habe ich mir natürlich umgeschaut, welche Domainnamen es noch gibt. Und alle langweiligen Namen waren vergeben. Alle langweiligen Namen waren vergeben. So Schritt für Schritt oder sowas. Und es wollte die Draufgängerin zu mir. Und die Draufgängerin, die macht auch etwas mit mir. Die fordert mich. Also wenn ich irgendwie, wenn das Schritt für Schritt oder sowas geheißen hätte, ich hätte schon längst wieder aufgehört zu bloggen. So aber habe ich so richtig Lust einzusteigen und mir diese Themen auch wirklich genau anzuschauen. Denn die Draufgängerin, die fordert wirklich etwas von mir. Und die will auch, dass ich humorvoll einsteige und nicht so trocken und das Thema auf Abstand halte. Also ich will ja nicht nochmal irgendeine Art Apothekenrundschau blogmäßig machen. Sondern ich will, dass die Frau oder der Mann, derjenige oder diejenige, die auf meinen Blog kommt und recherchiert und vielleicht wirklich mit einem Problem kommt, sich gesehen fühlt. Sich zurücklehnen kann und sagt, ja, die weiß, von was ich spreche, die weiß, was ich durchmache. Und es ist häufig das erste Mal. Ich kriege so viele Zuschriften von Frauen, die sagen, sie haben schon so viel ausprobiert. und das erste Mal, dass sie was lesen, was sie abholt. Und das gibt mir wirklich so viel Kraft. Und das hält die Draufgängerin am Leben. Das gibt natürlich Mut, wenn man über Themen spricht. Und so wie ich es ja auch mit dem Talk, den ich hier ins Leben gerufen habe seit letztem Jahr, wo ich mich auch wirklich freue, dass ich im neuen Jahr wieder viele Gäste begrüßen darf mit ihren Geschichten. Und die Intention dahinter ist, dass es, wie du es schon sagst, Frauen sprechen ungern über sich selbst. Und doch nehmen sie es auf, wenn Frauen zu ihnen sprechen und schöpfen daraus Kraft. Und deswegen ist es so schön, dass du heute bei mir bist, weil wir so dieselbe Intention haben, irgendwo Frauen zu erreichen. Und ich finde, da hat jeder, jede Geschichte, die auch, also Lebensgeschichte, die hier im Monday-Tag erzählt wurde, hat, sicherlich findet jeden Einzelnen, den dieses Thema auch betrifft und so auch bei dir im Blog. Dass man diese Medien, die einem gegeben sind, in diese Richtung nutzt, um Menschen zu erreichen. Das finde ich großartig auch in deiner Richtung. Weil ich bloggen, wer jetzt, weiß ich nicht, ich finde es auch unheimlich mutig. Es hat ja auch, man muss ja auch schreiben oder die Sensibilität finden. Wie ist denn das für dich? Du hast ja dann das Schreiben auch für dich entdeckt. Wir kommen dann auch gleich noch dazu. Sie hat sich nämlich doch dann noch dran getraut, mich schon zu schreiben. Wie ist das Thema Schreiben? War das schon in dir oder hast du es damit entdeckt? Überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich schreiben kann. Also ich wusste natürlich, dass ich irgendwas schreiben kann, ja. Und ein paar Tipps, bloggen, so ging ich ran ganz am Anfang. Aber schon beim ersten Artikel war es mir klar, nee, da will ein bisschen mehr raus. Aber ich habe mich noch nicht so getraut. Also ich wollte nur sehr sachlich bleiben und war noch kurz. Aber ich habe mich von Blogartikel zu Blogartikel immer mehr getraut. In die Tiefe zu gehen und nicht da aufzuhören, wo spannend wird, sondern wirklich einzusteigen ins Thema. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, dass ich da mal selber kicher über das, was ich schreibe oder selber ganz erstaunt bin. Weil manchmal lasse ich es einfach in die Tasten fließen. Ich öffne mich für ein Thema, ich recherchiere, ich gehe da ein paar Tage schwanger damit. Ein Thema ist auch manchmal ganz plötzlich da und will von mir bearbeitet werden, will von mir angepackt werden. Und dann setze ich mich an die Tastatur und schreibe. Und manchmal lese ich das durch und bin dann wirklich ganz erstaunt, was ich geschrieben habe. Nicht immer, aber ich habe immer das Gefühl, das wird mir eingegeben. Und das ist schön. Wann kam der Prozess, wo du dann gesagt hast, ich möchte das jetzt auch in Büchern niederschreiben? Also es war dann 2016, habe ich mich dann dran gemacht. Und da war ich noch artig. Artig? Ja, da habe ich gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch, aber sehr nischig. Also wirklich für die vielen Tango-Tänzerinnen, wo ich gemerkt habe, denen geht es genauso wie mir. Also ganz, ganz vielen Tänzerinnen geht es so wie mir. Die haben Fußprobleme und pausieren dann wieder einmal oder manche hören dann ganz auf. Und das hat mir dann so leid getan, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe da jetzt ein Buch drüber. Habe mir aber eigentlich fast ein Bein gelegt, weil ich hätte einen anderen Titel geben können, dann wäre das also wirklich für jede Frau. Und es ist auch so, dass es wirklich, es wird von Männern gelesen, es wird von Frauen gelesen, es wird von Nicht-Tänzern und Tänzerinnen gelesen, von Jung und Alt und alle sind begeistert. Es steht halt auch was über Tango drin, weil der Titel heißt, wenn Tango Leidenschaft. Diese Cover ist einfach sensationell. Ja, das ist so schön. Wenn Tango Leidenschaft, also es hat, natürlich entführt es auch ein bisschen in die Welt, das Tango. Das ist ja ein sehr stolzer Tanz, ne? Ein wirklich sehr stolzer, erotischer Tanz auch, ja. Und der wirklich Hingabe verlangt, weil sonst ist es nur ein Geschiebe. Weil das ist dann keine Freude. Der Tanz, der will einen ganz oder gar nicht. Okay, sowas mag ich, ne? Obwohl ich eigentlich, ne? Ich bin keine Tänzerin, nicht wirklich. Aber ich sollte es vielleicht mal ausprobieren. Du tanzt dein Leben. Das war jetzt gut. Das hast du schön gesagt, meine Liebe. Du bietest ja auch, oder ja, du hast ja noch ein zweites Buch, ehe ich zur nächsten Frage kommen. Möchten wir das anders noch? Ja, genau. Ja, ja, genau. Also, wie die Ohrge pfeifen, ein Jahr später, genau ein Jahr später, hatte ich das Gefühl, ich möchte gerne nochmal was schreiben. Aber dann, als ich anfing zu schreiben, war plötzlich die Idee, nee, es soll kein normales Buch werden. Es wollte ein Kartenset werden. Und aus dem Kartenset wollte ein Orakelkartenset werden. Da kommen wir dann nicht. Das ist ganz gut. Sie hat das mit mir ausprobiert und mich vollkommen überrumpelt. Ich war, also wir machen das dann gleich. Wir werden das dann gleich sehen. Genau. Aber du bietest ja auch Online-Kurse und Coachings an, das heißt, Coachings nur via medial oder machst du auch Coachings in Veranstaltungen, gehst du auch auf die Bühne oder wie? Noch nicht, aber ich habe da große Lust dazu und das wird wohl früher oder später kommen, vielleicht sogar auch schon dieses Jahr. Also bisher mache ich es online, meine Coachings oder, ja, und das funktioniert auch wunderbar. Also ich habe sogar eine ganz liebe Kundin aus Ruanda. Wow. Ja, die könnte nicht so gut hierher kommen. Also ich habe Kundinnen aus Frankreich, ganz viele aus der Schweiz, aus Österreich und natürlich aus allen Bereichen Deutschlands und ja, Polen. Also da ist es manchmal vielleicht sogar schwer, also ein Workshop zu kreieren und dann hat man vielleicht nicht Zeit, aber so online ist das wunderbar. Auch das ist ein tolles Medium, was mir dann erst so richtig klar geworden ist, das gilt es zu nutzen und es macht mir richtig Spaß. Wow. Das finde ich gut. Die Coachings oder was erwartet denn deine Kundinnen in den Coachings? Ja, auf jeden Fall ganz was anderes, als sie denken. Was drauf ging. Ja, was ganz drauf. Also völlig anders. Also ich biete natürlich etwas für die Füße an und das ist ein mehrwöchiger Kurs, der heißt Zu dir Stehen und wie der Name schon sagt, der hat nicht nur was mit den Füßen zu tun, sondern Füße oder Fußprobleme sind nicht nur Fußprobleme, sondern die haben ganz viel was mit unserer Stellung im Leben zu tun. Wie wir unser Leben tanzen oder nicht tanzen. Und dann auch ein Kurs, der mir ganz am Herzen liegt, das ist ein, ich nenne es jetzt mal einfach so Beckenbodenkurs, weil die meisten nur da unter was verstehen, aber es ist eigentlich ein Schoßkurs, der heißt in deiner Mitte sein. Denn mir ist schon sehr früh klar geworden, das hat was mit unseren Füßen zu tun, das hat was mit unserem Kiefer zu tun, das hat was mit unserer Kraft zu tun, mit unserem Wow-Effekt, den wir ins Leben bringen können, wenn wir aus unserer Mitte, aus unserem Kraftorgan heraus agieren können. Und ja, und der Kurs ist wirklich völlig anders, als jede Frau auch nur denkt. Also ich werde mir den dieses Jahr auch mal, ich werde das auch mal machen und wir haben vielleicht auch sogar, das dürfen wir uns, das verraten wir noch nicht, aber wir haben ja auch gemeinsam was vor dieses Jahr eventuell. Also ihr dürft gespannt sein, sozusagen. Ja, wir haben jetzt ein Buch schon erwähnt, vielleicht kannst du jetzt den Bogen schlagen zum zweiten Buch und zum Schurakel. Ja, gern zum Schurakel. Ja? Ja, also das Schurakel, wie gesagt, das wollte kein Buch werden, sondern ein Kartenset und ich packe die Themen gerne mit Humor an und das war jetzt eine Idee, dass sehr viele körperliche Probleme haben etwas mit Glaubenssätzen, mit nichtdienlichen Glaubenssätzen zu tun. Das heißt, dass wir irgendwelchen Gedanken weiter folgen, die uralt sind, die vielleicht gar nicht mehr unsere sind, die uns von Eltern, von Tanten, von Lehrern eingeflößt worden sind und nach denen wir leben und die nie überprüfen und wenn man das mit Humor angeht und darüber lächeln kann und das mit seinem Körper übereinstimmt, dann kann einem ein Licht aufgehen und man kann auf sehr sanfte, auf effektive Art und Weise was ändern, ein Rädchen drehen. Wir probieren es jetzt mal aus, würde ich sagen, weil wir haben es nämlich schon, es hat 100 Prozent getroffen in der Situation und ich hatte Gänsehaut, wirklich bis unter die Scheitelspitze. Okay, es wollte Schuragli werden und nur mal nebenbei ganz kurz, ehe wir anfangen mit diesem spannenden Thema, ihr dürft natürlich auch gerne Fragen stellen. Ja, ja. Schreibt nochmal an die Birgit, schreibt es einfach in die Kommentare und Birgit wird sie dann beantworten. So, ich darf jetzt Karten ziehen. Also es geht ja auch um Transformation und da habe ich ein wunderbares Symbol gesucht. Schmetterling steht ja für Transformation, aber bei mir wollen ja die Frauen gehen und stehen und tanzen und nicht fliegen lernen und ja. Ich muss jetzt eine Karte ziehen. Jetzt darfst du eine Karte ziehen. Ich mache die Augen vorher zu, ist das okay. Wie du bist. Lass deine Finger tanzen und verbinde dich am besten mit einer Frage, vielleicht irgendwas mit 2019 oder wie auch immer. Genau das, was ich auch dieses Jahr oftmals vorhabe. Ich werde nämlich oder möchte dieses Jahr wieder mich mal in fremde Kulturen begeben und mehr reisen als das letzte Jahr, um wieder neuen Input auch zu erhalten. Ich ziehe auch eine. Okay, und ich will gleich die. Okay. Wollen wir mal verraten, was wir gezogen haben? Darf ich? Ja, mach du das gut. Ja, du zeigst deine. Also ich habe die Karte Auszeit gewählt. Auszeit. Ja, man sieht es ein bisschen schlechter durchs Licht. Ja, Auszeit. Und ich bin gespannt, welche Karte ich gezogen habe. Die Klarheit. Die Klarheit. Und da gibt es ja überall jetzt auch noch so ein paar Tasses dazu, die du dann in dem Buch geschrieben hast. Ja, vielleicht magst du zur Auszeit noch. Ich lese da zur Auszeit. Ja, ich möchte wissen, wo meine Auszeit mich hinführt. Das ist die Nummer 19. Okay. Gut, die Auszeit. Kennst du das auch? Du suchst einen Schlüssel, eine Notiz mit einer Telefonnummer, irgendetwas, von dem du meintest, genau zu wissen, wo du es findest? Einzig dort ist es nicht. Und je hektischer du suchst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du fündig wirst. Was hilft, ist dich zu erinnern. Doch dazu musst du erst einen Gang zurückschalten und dich beruhigen. So ähnlich verhält es sich auch mit Ideen. Auch sie sind gerne zickig. Sie wollen nicht gesucht, sie möchten empfangen werden. Und sie sind ziemlich anspruchsvoll, was den richtigen Zeitpunkt angeht, sich zu zeigen. Vergleichbar mit Samen, die nicht auf fruchtbaren Boden fallen möchten, fliegen dich Ideen an, wenn du empfänglich bist und bereit bist. Deshalb sind Auszeiten keine Zeitverschwendung, sondern eine unabdingbare Voraussetzung für Weiterentwicklung und Erfolg. So manches Aha-Erlebnis kommt unter der Dusche oder en passant beim Spaziergang im Wald. Und wer weiß, vielleicht findest du während eines Sabbaticals nicht nur zündende Ideen für ein Projekt, sondern am Ende auch zu dir selbst. Das trifft auf den Punkt. Das ist auf den Punkt. Und dann gibt es unten immer noch irgendeinen Tipp. Meistens sind es Körperspürtipps, aber manchmal auch Business-Tipps, weil ich komme aus dem Business. Kann ich nicht lassen. Oder irgendwas Philosophisches. Und hier ist, ist dir das schon mal passiert, dass du in ein anderes Zimmer gegangen bist und vergessen hast, was du gerade noch erledigen wolltest? Ja. Keine Angst, das ist nicht Alzheimer. Geh einfach zurück und es fällt dir wieder ein. Ja. Das ist nämlich tatsächlich so. Da muss ich kurze Story erzählen. Ich habe dir vorhin erzählt, was mir die letzten Tage passiert ist. Es trifft 100 Prozent. Ich war am Wochenende, also wenn ich darf, am Wochenende bei einer Freundin. Meine Tochter ist das erste, also wir waren zusammen da und sie ist das erste Mal Zug gefahren und das war alles so gigantisch schön für sie. Und ja, wir steigen in den Zug ein, wechseln einmal den Platz und ich lege meinen Beauty-Case oben in die Ablage, im Zug sozusagen. Und wir sind eine halbe Stunde Zug gefahren und haben uns unterhalten und es war so schön miteinander aus Zeit. Und ich war sehr intensiv in dem Erleben mit meiner Tochter, habe mir ja auch dieses Jahr vorgenommen, so kriechende Gedanken, die so manchmal ins Leben kommen, die einem aus dem Hier und Jetzt rausreißen auszublenden. Und wir steigen aus, ich steige in das Auto meiner Freundin, wir haben noch nichts gemerkt, ne? Und dann kommen wir an und ich weiß nicht, ums Haarekämmen ging, ich glaube irgendeiner wollte Haarekämmen von uns beiden und ich sage, ups, ich habe meinen Beauty-Case zugelassen. Und noch vor, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren wäre ich total ausgeflippt, glaube ich. Ich hätte geheult und nie und habe mir aber in dem Moment gesagt, wenn ich jetzt zu viel Energie in dieses reinlege, dann wird es nur noch schlimmer, dann saugt es mich ja aus. Und ich bin ja da hingekommen, weil wir dort, ja, es war ein wunderschönes Wochenende. Und was soll ich sagen, ich habe das Thema losgelassen. Ich habe gesagt, oder habe vertraut, habe mir vertraut, der Situation vertraut, das kommt wieder. Ja. Habe eine Vermisstenanzeige, so habe ich es schon genannt, aufgegeben. Ja, Beauty-Case. Beim Fundbüro. Und was soll ich sagen, ich habe am Samstag dann nochmal angerufen abends. Heute habe ich angerufen und heute habe ich die Nachricht gekriegt, ja, es ist da. Es kommt wieder zu mir. Ja, natürlich. Und es hat mir auch wieder was gezeigt, ja, das hat viel mit dem Thema Vertrauen zu tun. Es ist deins, wieso soll das zu jemand anderen kommen, wenn es deines ist? Heute. Ich komme nach Hause, freue mich auf den Talk mit Birgit und gucke in meine Tasche mein Konzept für heute Abend weg. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich bin zweimal ins Auto runtergerannt, habe nachgeschaut, es ist rausgefallen. Ich bin ja auch so eine Heldin, wo schnell mal was runterfällt, unten unter dem Auto sitzt oder nichts. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Durchatmen, habe mich an den Computer gesetzt und habe es nochmal geschrieben. Und dann ist die liebe Birgit gekommen und dann ruft mich mein Kollege an in der Arbeit, der freundlicherweise nochmal ins Büro gefahren ist für mich, weil ich ihn gefragt habe, kannst du nochmal auf meinen Schreibtisch schauen? Und er sagt, ja, das liegt hier am Boden, das ist wohl von der Tasche runtergefahren. Hat es mir fotografiert und jetzt sitze ich mit dieser wunderbaren Frau hier, weil ich der Situation vertraut habe und ruhig geblieben bin. Und so viel zum Thema Auszeit. Also ich bin jemand, der gerne, wie es auch hier so schön steht, ich gehe gerne in den Wald, um meine Gedanken zu sammeln. Ich gehe gerne in die Ruhe. Und das ist für mich auch aufgrund meiner gesundheitlichen Sache, die ich letztes Jahr hatte, ganz, ganz wichtig, dass ich, ich habe es positiv genommen. Es hat mich ziemlich ausgenockt und habe gesagt, ja, das war ein Hinweis für mich. Und ja, nehme mich ein bisschen zurück, organisiere mein Leben noch ein bisschen besser, auch für meine Familie da zu sein, weil mir das sehr, sehr viel gibt. Die Weihnachtszeit, Silvesterzeit war wunderschön. Ich habe Silvester bis früh um zwei mit meiner Tochter im Wohnzimmer getanzt. Das war, ja, so viel zum Thema Auszeit. Also danke, du hast es getroffen. Aber da will ich gerade nochmal was sagen. Gerade Auszeit, sich die Auszeit zu gönnen, das ist auch etwas Weibliches. Eine weibliche Kraft. Und wir kommen nur in die weibliche Kraft, indem wir uns Muse erlauben, indem wir uns Ruhe erlauben und öfters zurückziehen. Und das ist so wichtig, weil wir müssen tanken. Es gibt genügend erschöpfte Frauen und die Welt braucht keine erschöpften Frauen. Die Welt braucht starke Frauen und dazu müssen wir uns immer wieder mal zurücknehmen. Das ist aber nicht so einfach. Nee, aber aus dem Grund müssen wir uns selbst immer wieder mal die Erlaubnis geben. Ja, genau. So, Klarheit. Klarheit. Soll ich es auch wollen? Ja, das ist okay. Natürlich. Natürlich. Ein wunderschöner Schuh übrigens, wie ich finde. Ach, da ist es jetzt. Wunderbar, ne? Die 27, die Klarheit. Schau, die Maria macht es genauso mit der Auszeit. Ah. 27, die Klarheit. Wünschst du dir mehr Unterstützung in der Partnerschaft, beruflich oder vom Universum? Dann nimm Stift und Papier und schreibe deine Träume und Ziele auf. Solange du lediglich unklare Vorstellungen davon hast, wie dein Leben aussehen soll, stiftest du Verwirrung, weil du keine deutlichen Signale aussendest. Klare Regeln, wie du dir ein Miteinander vorstellst, machen dich zufriedener und deine Geschäftspartner, Kollegen, Familienmitglieder wissen, woran sie bei dir sind. Es mag sein, dass du dich anfangs durchsetzen musst, aber dein Erfolg wird dir recht geben. Klarheit hilft dir auch bei Gefühlen und Emotionen. Statt gegen sie anzukämpfen, nutze eine uralte buddhistische Technik. Schau deine Gefühle an und benenne sie. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade merke, ich bin aufgeregt, dann lege ich meine Hand dahin, wo ich spüre und sage, ich bin gerade aufgeregt. Oder ich spüre gerade eine Verkrampfung in meinem Nacken. Und dann hilft mir das und ich bin wieder frei, statt gefangen zu sein. Also es ist eine buddhistische Technik. Und da sagt dir innerlich zum Beispiel, da ist Groll oder da ist Eifersucht. Anfangs ist das eine Herausforderung, aber so ersparst du dir viel Leid und kannst konstruktiver mit deinen Energien umgehen. Das ist auch etwas, was ich wirklich gelernt habe, wie viel Kraft dann plötzlich uns zur Verfügung steht, wenn wir nicht gegen Windmühlen ankämpfen, gegen Eifersucht ankämpfen. Völlig. Ja, ja. Okay. Ja, und dann noch der Tipp, den finde ich nämlich auch so toll. Trau dich ein Gefühlzug Tanz aufzufordern. Leg dir passende Musik auf und setze dich tänzerisch damit auseinander. Ja, passt doch, oder? Passt doch super. Ich freue mich, dass der Michael zuschaut. Das ist der Papa von Kai, dem krebskranken Jungen. Ah ja. Genau. Ich bin auch Spenderin. Ja, schau, wir haben hier noch eine. Und ich habe meinen Ausweis, mittlerweile, Michael, wollte ich sagen. Ja, schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Ich habe gesehen, ihr habt euch auch mal eine Auszeit genommen, deine Liebste und du, und habe dann mit Kai zusammen gefeiert. Also, vielleicht ergibt sich demnächst die Möglichkeit, dass wir uns zu dritt, zu viert hier an dieser Stelle sehen können, dass ihr nochmal ein Stück weit erzählen könnt, wie es dem Kai geht, wie die Fortschritte sind. Das würde mich wirklich freuen. Gib mir einfach ein Zeichen und dann, ne? Die Leute sind natürlich auch gespannt, ne? Wie geht's Kai jetzt? Gerade, weil ja so ein Hoffnungsschimmer da war. Und es waren ja Stammzähne schon wieder gefunden. Also, Michael, wenn das für deine liebe Frau und dich in Ordnung ist, dann kommt nochmal zu mir und, ja, ich würde mich freuen. Die Marie ist, Maria ist auch registriert. Ja, wir haben hier lauter ganz, ganz tolle Menschen heute. Ja, das ist so wichtig. Die da zuschauen. Du hast ja das zweite Buch noch geschrieben. Vielleicht magst du uns das noch zeigen. Und da vielleicht, das ist so eine Art Zitatebuch mit wunderschönen Bildern, kann man es so sagen? Zitatebuch nicht, aber es sind sehr viele Zitate drin, ja. Okay. Der Titel kam zuerst. Ja? Das Leben schmecken. Der war plötzlich da, dieser Titel. Und weil speziell Fußprobleme, aber auch manche anderen Probleme, zum Beispiel ein verspanntes Kiefer oder Beckenboden, den man als Frau nicht so spürt, das hat ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Und darum jetzt auch der Untertitel Weiblichkeit ist kostbar. Und diese vielen, vielen E-Mails, die mich erreichen und die Kommentare, die haben immer was damit zu tun, dass die Frauen sich freuen, auf meinen Blog gekommen zu sein und dass sie jetzt anfangen zu verstehen, dass das so viel mit Weiblichkeit zu tun hat. Und dem habe ich dieses Buch gewidmet. Und da will ich einfach nur ermutigen, ganz tief in dieses wunderbare Feld einzutauchen. Und es sind natürlich viele Zitate auch drinnen. Und wunderschöne Bilder dazu. Ja, und auch Geschichten, die mir tatsächlich passiert sind, wie zum Beispiel in Marokko, wo ich einer Frau begegnet bin, die wirklich so ausgesehen hat. Ehrlich? Ja, und meine Freundin, die Sabine Paul, die diese wunderbaren Bilder da drin gemalt hat, ich dachte, die wäre nie viel gesessen, weil die hat die ja einfach so gezeichnet. Und die Geschichten, Anekdoten, die ganz viel erläutern und so einladen, in dieses Feld einzutauchen der Weiblichkeit, die findet Frau, aber auch Männer in diesem Buch. Und es gibt schon die ersten Männer, die dieses Buch für ihre Frauen kaufen. Sehr schön. Was ist denn so dein Lieblingszitat? Es sind ein paar drin, und zwar jetzt gerade hierzu. Das heißt, wenn deine Mitte stark ist, wachsen dir Flügel. Sehr schön. Und ein anderes Zitat, das auch so plötzlich aus mir entstanden ist, ist, wenn Zeit kostbar ist, verbring sie auf köstliche Weise. Das Leben ist einfach viel zu schade, wenn wir so durchhektiken, durcheilen, ohne mal stehen zu bleiben, zu uns zu stehen, durchzuschnaufen, zu gucken, welche wunderbaren Menschen um uns sind. Mache Geschenke, ne? Dampfer zu sein, ja, das ist wichtig. Das Jahr hat ja gerade begonnen, meine Liebe. Was magst du denn den Zuschauern mitgeben fürs neue Leben? Ja, sehr gerne die Einladung, immer öfters mal im Körper zu sein. Durch den Atem oder einfach mal, indem man die Augen zumacht oder indem man die Hände reibt und sie auf die Nieren legt. Warten, bis man seufzen muss. Oder die Hände einfach irgendwo auflegen, wo es gerade gut tut. Sich ein bisschen Zeit gönnen und sei es nur eine Minute. Und da merken, was das mit uns macht. Also das ist so ein Geschenk und das gebe ich gerne mit. Und das gibt so viel Kraft fürs neue Jahr. Das neue Jahr wird nämlich toll. Ich weiß es, ich spüre es. In allen Gliedern spüre ich das. Oder wie kann man sich denn, oder wo findet man dich? Und wie kann man sich zu deinen Online-Kursen, Coachings anmelden? Ach, das ist ganz einfach. Ich bin die Draufgängerin und mein Blog heißt Draufgängerin.de Oder wenn man irgendwas mit Füßen blockt, dann ploppe ich auch schon auf. Ich bin, ja, also, ja, Draufgängerin.de Ja, okay. Das heißt, man, wie muss ich mir vorstellen, man schreibt sich ein, sind die Kurse... Ach so, da gibt es jede Menge Artikel, die man lesen kann über alles Mögliche an Themen. Nicht nur Füße, sondern überhaupt auch schambesetzte Themen oder einfach nur Körper spüren. Neulich habe ich auch ein Buch, habe ich auch geschrieben, wie ich meine Bücher schreibe, weil ich mir so gefragt werde, wie schon viele das war. Ja, ja, genau. Ich gebe meine Tipps einfach gerne weiter. Ich sprudle gerne und teile das. Also, die sind da alle kostenlos zu lesen und wer tiefer einsteigen will, gerne die Bücher. Die gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und die Online-Kurse findet man, findet Frau auf meinem Blog. Ich finde das so schön, wie du das so ausdrücken kannst. Ja, da gibt es den Shop. Und sie tanzt heute wieder Tango, ne? Ja. Du warst über Weihnachten Neuer, hast du mir erzählt. Ja, genau. War dir beim Tango-Tanzo. Ja, und diesen Samstag mit dem Weltmeisterpaar haben wir uns angemeldet für den Workshop und abends zu einer Milonga, so heißen diese Tanzveranstaltungen. Da freue ich mich schon drauf. Und das ist einiges geplant. Warne Kraft. So. Ich freue mich. Also, wir haben jetzt wirklich eine wunderbare Reise. Es hat so eine Leichtigkeit, auch mit dir zu sprechen. Es ist einfach wunderbar, wie du deinen Weg gegangen bist, wie du das, was du erlebt hast, ins Positive umgesetzt hast und was gibst auch aus dieser Zeit heraus. Finde ich wunderbar. Ich bin wirklich ganz, ganz stolz, dass du heute bei mir bist. Ich habe es dir heute wahrscheinlich schon zehnmal gesagt, aber es ist einfach so. Ja, sie ist auch eines der Geschenke des letzten Jahres, die zu mir gekommen sind. Aber irgendwie darf ich dir mal was sagen. Das, was man außen erkennt, ist man immer schon selbst. Du hältst dir jetzt gerade nur in den Spiegel vor, meine Liebe. Ich bin auch so dankbar und froh, dich kennengelernt zu haben. Dankeschön. Und jetzt sitzt die Birgit ganz gut. Bist du bereit für die Big Sings? Okay, wir fangen an. Kurz und knackig. Was ist dir wichtig? Mir ist wichtig, einen Unterschied zu machen. Was macht dich glücklich? Wenn ich sprudeln kann und das, was aus mir raussprudelt, wenn ich das ausdrücken kann, doch unterschiedlicherweise tanzen, schreiben. Du hast ein Kompliment. Das muss ich kurz einfügen. Anja Frenzel. Liebe Birgit, es war herrlich, dich nochmal live erlebt zu haben. Die Anja. Ja. Hi. Was doch alles passiert ist, seit ich dich das letzte Mal live in Köln getroffen habe. Danke auch für deine Art und das Interview, liebe Romy. Sehr gern. Leider kann ich diese fliegenden Herzen und so weiter noch nicht kreieren. Doch ich hätte es so gerne oft gesendet. Danke für die schönen Impulse, Glückspunktmethode, Anja Frenzel. Die Anja Frenzel. Danke, liebe Anja. Und alle anderen, ja. Danke, liebe Anja. Was empfindest du als tiefes Leid? Als tiefes Leid empfinde ich immer mehr, wenn Mann, Frau im Mangeldenken feststeckt. Denn das muss nichts sein. Schütteln. Wir hatten es am Anfang. Schütteln, meine Lieben. Sich mit schönen, freundlichen Menschen umgeben. Ja. Was tolles, aufbauendes Lesen. Einen mutigen Schritt nach vorn gehen und ins Vertrauen gehen. Wenn du könntest, was würdest du in der Welt verändern? Ich würde darum bitten, dass in einem Schulfach Respekt eingeführt wird. Respekt füreinander, für die Umwelt auch. Jetzt kommt der Moment, wähle ein Wort, das dich beschreibt. Aus dem Bauch raus. Drauf gehen wir rin. Gib mir rin. Sehr gut. Ich finde es gut. Und jetzt nochmal als Essenz aus deiner Lebensgeschichte heraus. Was möchtest du den Zuschauerinnen und Zuschauern als deinen ganz persönlichen Lebensrat mit auf den Weg geben? Ja, eigentlich auch das, was mich ausmacht. Mutig zu sich zu stehen und mutig einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen und im eigenen Leben. Denn das macht Spaß. Das macht so einen Spaß. Auch wenn es mutig, wenn es sehr viel Mut kostet. Aber dafür lohnt es sich erst, da richtig zu lieben. Ihr seht es an dieser Frau, die hat wirklich eine, man kann sagen, eine 180 Grad Drehung gemacht. Hat sich als Frau ganz neu entdeckt. Und ich finde es ganz großartig, dass sie uns dieses Geschenk heute und auch in den vergangenen Jahren Frauen und Männern schon gemacht hat. Ja. Ich wünsche dir auf diesem Weg, dass du ganz, ganz viel erreichst, Heilung erreichst und dass das dein Ja wird. Soll ich das jetzt formulieren? Ich muss kurz überlegen. Was dich zu dem führt, du hast mir vorhin gesagt, wie du deinen Weg, wie du Ziele siehst, wie du für dich ein Erreichen, ein Ankommen, die Frage stelle ich dir jetzt nochmal. Eine Frage kommt noch. Was bedeutet für dich, Also erstens, was ich dir wünsche, ist Ankommen ein Stück weit an einem deiner Punkte. Was bedeutet für dich Ankommen? Also Ankommen, früher in meiner männlichen Zeit, war Ankommen ein Punkt irgendwo unerreichbar ganz weit vorne. Und da habe ich immer drauf gewartet. Ich habe auf etwas Unspezifisches gewartet und habe mich immer zerrissen gefühlt und nicht ganz gefühlt. Und jetzt ist Ankommen ein Punkt, an dem ich bin, den ich tanze, den ich lebe, den ich klasse finde und dann loslassen kann und den nächsten Punkt sehe, um dort anzukommen und mich diesem Punkt wieder neu hinzugeben. Das ist nie, nicht stehen bleiben. Weil wenn man stehen bleibt, kriegt man fast Probleme. Okay. Stimmt. Auf dem Punkt. Weil ich habe das jetzt auch so oft, ich weiß nicht, wie du das siehst, zum Jahreswechsel gehört. Warum soll man sich eigentlich was vornehmen für das neue Jahr? Das Jahr ist wie ein neues Buch, wo man jede Seite neu aufschlagen und beschreiben kann. Ja, also es ist schon so, dass mich Themen wirklich anfliegen. Und es ist so, ich öffne mich für Themen. Aber natürlich nehme ich mir auch was vor, ist klar. Aber ich lasse immer genügend Platz, ich lasse immer Lücken und diese Lücken darf das Universum füllen. Da dürfen dann so wunderbare Frauen wie du in mein Leben treten. Wäre schade, wenn mein Terminkalender so reingetaktet wäre, dass da kein Platz dafür wäre. Bloß, weil ich mir so viel vorgenommen habe. Wunderbar. Also ich danke dir von Herzen. Und ich möchte natürlich, also erstmal dem Michael an dieser Stelle, ich freue mich auf, wenn ihr euch meldet bei mir und euch natürlich auch von uns beiden jetzt und ich glaube auch im Sinne von vielen Zuschauern, die jetzt zuschauen und die das auch ein Stück weit begleitet haben und euch unterstützt haben, ein gesundes neues Jahr, ein Jahr mit vielen magischen Momenten, mit viel Kraft für den kleinen Rocker, den ich ohne ihn persönlich zu kennen ins Herz geschlossen habe und auch weiter für ihn kämpfen werde. Das ist, ja, ist mir ein inneres Bedürfnis. weil der hat so viel Kraft in sich, der kleine Mann. Wunderbar. Also an dieser Stelle schicken wir euch natürlich auch ganz viel Licht und Liebe und bleibt in eurer Kraft. Ihr macht das wunderbar und Kai wird es schaffen. Ich bin mir sicher, das wird für uns alle ein positives Jahr in viele Richtungen werden. Ich habe das Gefühl. und ich freue mich natürlich nächste Woche, habe ich wieder eine Powerfrau bei mir, aber das ist auch ein, das ist Wahnsinn, diese Frau ist Energie pur. Ich freue mich nächste Woche auf Ramona Krebs. Ramona und ich, wir haben uns letztes Jahr bei einem Women's Camp in Mallorca kennengelernt und sie ist eine Frau, die nicht nur redet, sondern macht. Die anpacken kann, auch bei Gegenwind ihren Traum, ihre Vision umsetzt und das mit Fleiß und Herz. Das ist das Schöne. Sie liebt das Leben und schaut stets nach vorne und nur noch selten zurück. Das hat mich wahnsinnig inspiriert, was ich dort mitgenommen habe aus dieser Zeit. Wir alle, die dort waren. Und deshalb habe ich für sie folgende Überschrift gewählt. Nimm deine Träume als Antrieb, deine Wünsche als Wegweiser und folge immer dem kleinen Kompass in deinem Herzen. Im Jahre 2009 begann sie aus einer wichtigen Phase in ihrem Leben heraus zu malen. Seelenmalerei sozusagen. Aus anfangs kleinen Bildern wurden recht bald große Bilder. Kein halbes Jahr später organisierte Ramona ihre erste Vernissage als Autodidakt. Ahnungslos, etwas planlos, aber hoch motiviert, wie sie selbst sagt. Der Abend wurde ein voller Erfolg. Ihre Bilder kamen sehr gut an und sie hat sogar schon erste Stücke verkauft an dem Abend. Ein Traum war geboren. Ihr Ziel, ein eigenes kleines Atelier. Zitat Ramona, heute 2019, kann ich sagen, Ziel erreicht. Sie gibt im Jahr regelmäßig drei bis vier Ausstellungen. Ihr Netzwerk ist, wie sie sagt, erwachsen geworden. Ich finde diesen Begriff wunderschön. Und sie arbeitet mit und unterstützt regelmäßig auch andere Künstler. Aber nur die Kunst? Nein, das reicht Ramona natürlich nicht. Sie ist ja so ein Energiebünder, die auch immer nur nach vorn geht und wahnsinnig schöne Ideen auch immer hat. Es gibt ja noch einen Hauptjob. Acht Jahre lang war sie in einem der besten Wäschegeschäfte in Sachsen-Anhalt angestellt, als Verkaufsleitung. Diese Zeit war eine gute Schule für das, was später kommen sollte. Sie begleitete ihre damalige Chefin auf Messen nach Paris, München, Düsseldorf. Eine sehr prägende Zeit für sie, wie sie selbst sagt. Aber Ramona wollte mehr. Warum nicht Wäsche und Kunst zusammenbringen? Eine Vision? Ein Traum? Nach vielen schlaflosen Monaten, einem Business-Ausflug nach Mallorca und einem ganz tiefen Blick in sich selbst war der Entschluss gefasst, ein eigener Laden. Es war kein einfacher Weg für sie. Bürokratie, schlaflose Nächte, raue Hände vom Umbau und eine Beziehung auf dem Prüfstand. Aber am 31.08.2018 öffnete sie die Türen von ihrem Traum Ramona de Sous. Ein Insiderladen, so wie ihn die Leute mittlerweile nennen, wo man nicht nur eine Fachberatung für tolle und bezahlbare Wäsche bekommt, auch ausgefallene Outfits und wunderschöne Handtaschen nehmen den Raum ein. Ihre Deko sind ihre Bilder. Ein Atelier schließt sich hinter dem Ladengeschäft gleich an. Aber es geht noch weiter. Seit September letzten Jahres sind monatliche Veranstaltungen Pflicht bei ihr. Ihre Kunden bestätigen das Konzept mit großer Nachfrage. Ob es Lesungen von Autoren sind oder Wohnzimmerkonzerte von talentierten Sängern oder Ausstellungen. Zitat Ramona Hier ist immer was los. Das ist die neue Verkaufskultur. Also ich freue mich riesig auf dieses wirkliche Energiebündel. Ihr werdet euch anstecken lassen. Ich weiß es heute schon. Klingt spannend. Meine liebe Birgit, es war mir ein Fest und ich hoffe, das Jahr wird auch für uns gemeinsam ein gemeinsames Jahr in vielerlei Hinsicht. Wir haben ein bisschen was schon gesprochen und wir hoffen, wir können es auch umsetzen. Wir werden es umsetzen, wie wir hoffen. Und ja, das ist meine Karte. Was nicht heißt, dass ich weg bin. Ich bin da mehr als mehr denn je, aber mit einer anderen Essenz, glaube ich. Also mit einer anderen Herangehensweise, wo sehr, sehr viel ruhige Momente für mich auch dabei sein werden und für dich die Klarheit, ja, noch mehr in deine Tiefe zu kommen und so wie du eh schon schreibst, was Menschen erreicht. Ihr habt den letzten Text, den ich gelesen habe von ihr bezüglich des Talks, der hat mich so berührt, wo du auch beschrieben hast, man merkt diese Frauenseele, diese Sensibilität, du lebst das und ich wünsche mir ganz, ganz viel davon. dieses Jahr von dir. Ich freue mich sehr, also ich kann mir das sehr gut vorstellen und das wird etwas Besonderes werden. Gib mir noch mal fünf. Frauen Power, meine Liebe. Und wir wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, bis nächste Woche. Nehmt euch Auszeit, findet Klarheit, findet zu euch und dann sehen wir uns nächste Woche wieder an dieser Stelle mit Ramona Krebs und auch wenn es draußen kalt ist und schneit, behaltet die Sonne im Herzen. Genau. Einen schönen Abend euch allen. No.